und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal hier mal wieder mit den rewards der vergangenen weekend league und zwar auf beiden konzonen ihr seht es unten beides mal wieder leider gehört eins ich kann mir jetzt hinsetzen wie in den ganzen vergangenen wochen und sagen ja warum ich mich wie sehr darüber ärgere keinen elite geholt zu haben ich würde mal sagen an der stelle lassen wir das mal entfallen gehen direkt rein in die rewards und ja ja fangen an uns natürlich rivals ab wir fangen auf der xbox an und vielleicht gerade gesehen und hier die 58.000 münzen mit auf jeden fall gar nicht so verkehrt hole ich immer gerne mit weil wenn ich da noch ein bisschen gespielt aber warum soll es nicht gehen wir gehen jetzt auch vor champions auf die interessanten rewards und sehen halt eben gold 1 mal wieder ich hoffe dass es zum nächsten wochenende wieder besser wird oder das sage ich auch schon wieder seit zwei wochen sehen ja zwei spieler objekt der zwei jumbo seiten der spielerpacks 50.000 coins und als 2000 punkte wie jedes wochenende im prinzip wie jede woche für gold 1 und sehen die zwei playerpacks wir gehen direkt rein fangen an mit dem ersten und schauen wer dann auf uns wartet und sehen ja als den besten die anderen lassen wir jetzt mal entfallen valencia wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht dabei besser wegen dem rating über den mit gehen dann auf die weg den nächsten spieler pick und hoffen auch noch mal auf irgendetwas gutes und sehen ja wiska dabei der interessant ist aber auch immobile da wiska eigentlich auch noch gar nicht so schlechte karte aber ich nehme auch hier immobile wegen dem rating mit 96 das geht auf jeden fall zweimal ratio ratio premium picks hier und gehen natürlich in die ex noch ein öffnen die noch hier auf der xbox bevor wir dann auf die playstation springen den als zweimal die jumbo seltener spielerpacks hoffen dass irgendwas gutes dabei ist wobei es im moment gar nicht so wahrscheinlich ist gut klar dieses event aber mal sehen was bei rauskommt sehen auf jeden fall ein walkout das ist england ein z2 von tortenham es ist ali irgendein informer von achso der informer von ali es gibt ja dieses dieser woche wieder ein team of the week und daher gar nicht so schlecht muss man sagen gucken wir mal rein was der auf jeden fall wert sein wird ich weiß es nicht wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel und dazu noch wieder in form zwei informer in einem pack das geht sogar klar ali so irgendwo bei über 20.000 wahrscheinlich knapp das ist okay es ist aber nicht wahnsinnig gut wieder das wahrscheinlich ja um die 13 14.000 liegen packen werden den fallen den rest nach oben haben sich unter anderem noch dabei und öffnen dann auch noch das nächste pack hoffen auch dass da noch mal was gutes bei rauskommt auf der xbox und ja gucken wir ein sehen auch hier wieder walkout wahrscheinlich oder wir haben walkout sehen aus spanien es ist auch irgendein event ztm man city das ist rodri das ist der otw mit einer 85 ist also noch schlechter das pack als gerade eben und ja schauen noch da einer buskets noch dahinter das wusste ich jetzt nicht dass dann 89er noch hinter sein könnte und daher gar nicht so schlecht danach aber auch schon 83 buskets immerhin was wert naja würde ich sagen damit sind wir auf der xbox durch und springen auf zur ps4 und sehen uns da gleich wieder damit sind wir jetzt hier auf der ps4 angekommen auch wieder mit beiden rewards auch wieder gold 1 das haben wir eben schon angeschnitten deswegen labern wir gar nicht lange drumherum wir öffnen oder machen hier direkt rival mit 61.000 von rang 2 tatsächlich es war diese woche gar nicht so viel und gehen dann rein in die region league rewards wo es natürlich interessant wird und sehen auch hier wieder gold 1 ich glaube wir brauchen gar nicht so drauf einzugehen zwei player picks aus vier wieder jeweils zwei jumbo seltene spieler picks und ja 50.000 münzen 2000 punkte gucken da rein und öffnen die picks das ist eigentlich so fast das interessanteste muss man tatsächlich sagen sehen den ersten pick auf jeden fall und ja sehen hier ein edamilitao mit einer 86 das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich der militao ich habe halt den anderen antrieb auf der xbox hat er mir halt mehr weiter golfen muss ich ganz ehrlich sagen dann noch leibold und aramani ich nehme da einfach mal leibold mit finde ich gar nicht so schlecht die karte und öffnen dann noch den zweiten pick und da sehen wir ja war die dabei aber auch teyes und den werde ich auch mitnehmen alex teyes den kann ich nämlich super spielen der passt in meinem rasierenteam rein gabriel noch dabei den habe ich auf der xbox als normale karte gekauft auf jeden fall auch ein sehr sehr starker spieler und ja holen damit damit alex teyes mit würde ich sagen auf jeden fall eine stabile karte die ich in dieser wl auf jeden fall spielen werde ich bin echt mal gespannt den wollte ich sowieso kaufen war mir aber zu teuer bzw ich wollte mariano noch ein bisschen weiter austesten war mit dem auch eigentlich nicht so unzufrieden von daher gar nicht so schlecht auch wenn es natürlich besser sein kann immer aber gehen wir uns auf jeden fall mit zufrieden öffnen dann hier ja die zwei jumbo seltene spieler packs fangen mit dem ersten an ich bin wirklich mal gespannt der playstation ja die letzten zwei wochen auch immer eigentlich besser gewesen als auf der xbox obwohl ich es mir wenn vielleicht sogar eher umgekehrt gewünscht hätte jetzt hier mal ein walkout wieder wieder england wieder er oder einen endverteidiger man united wieder ein otw wollte ich sagen es ist hier maguire von man united mit einer 86 gucken mal was vielleicht noch dahinter ist ich hoffe noch zumindest irgendwas was man zu coins machen kann ohja seht ihr noch manguero und harvards auf jeden fall manguero auch so ja wahrscheinlich 15k in die richtung wert harvards ja mittlerweile auch gar nicht mehr so weit unten packen die auf jeden fall in den verein und haben dann hier noch ja die ganzen anderen spieler ich lege jetzt einfach mal ab alle zum schnellverkauf punkt auch wenn ich da ein bisschen mehr konzerte machen können und öffnen das zweite jumbo seltene spieler pack da bin ich jetzt mal gespannt hoffentlich noch mal irgendwas geiles pack geht wieder auf das ist wieder ein walkout und sehen ja chile sehen st das ist ja vor allem kann ich gar nicht mehr sagen auf jeden fall irgendein ähm libertadores spieler den paredes eigentlich gar nicht so schlechte wertung muss man sagen kenne ich eigentlich gar nicht muss man gleich reinschauen im detail sehen noch savage und sowas pack allgemein ziemlich enttäuschend ja und sehen ja hat sein tempo halt auch ungleich aufgeteilt wenig beweglichkeit es geht so kann man halt vielleicht wegen dem rating halt wieder ein bisschen zu coins machen aber gut damit sind wir hier durch auf der playstation sehen ja noch tolles für probes und sowas und ähm sind mit den rewards durch ich würde sagen durch wachsen tales kann man immerhin spielen könnt ihr mal gerne reinschreiben was ihr von den rewards haltet und vor allem wie ihr was ihr gezogen habt in euren rewards und wir sehen uns dann hoffentlich bei einem weiteren video oder stream wieder ähm kurz vorab ich werde den stream für heute der wird erst abends kommen ich weiß die Uhrzeit noch nicht genau auf jeden Fall nach 8 muss ähm das festlegen gleich bis dann zum nächsten stream oder video euch einen schönen tag und ja ciao 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 Und dann wiederholen wir das.